hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi und zwar habe ich heute wieder von der aktuellen serie road to euro 2020 von panini ein multipack und zwar hier von kevin de brunner als limmi und ja da würde ich mal sagen kommt jetzt erstmal das intro und bis gleich ja heute habe ich ein multipack ich hätte genommen 12 mehr kaufen aber egal und zwar kostet ihr ein multipack 4 euro 90 mit 5 tüten mit 30 offiziellen karten und einer limmi natürlich mit hier kevin de brunner kdb so was habe ich hier noch zu sagen eigentlich ich bin mal gespannt wie fest die draufgeklebt ist das ist natürlich hier die frage gestern und vorgestern kam mir schon ein video von den aktuellen serien und in jedem video habe ich eine rege zogen macht spannend ob ich jetzt wieder nur erziehe wäre richtig cool also drückt mir mal die daumen normalerweise kann man sehr schön abdrehen aber ich mache jetzt erstmal die booster ja 12 also aufgehend tun die booster schon mal nicht das war nämlich auch mal der fall und der letzte booster und jetzt schauen wir mal ob wir die karte ja bekommt ganz sagte hier ja am besten dreht man sie so und ja wir haben es immer noch nicht kapiert die vom panini also also blue ocean hat das besser drauf hier seht ihr es also ist nicht kaputt die karte es ist hier der rest von dem so das war das dann was hier werde ich irgendwie versuchen ganz leicht klebt okay naja wenigstens haben wir sie ab so hier haben wir dann die limi von kevin de brunner so klebt das ist echt eklig ich glaube ich ihn jetzt hier auf die auf den tisch lege ja so dann haben wir natürlich hier noch die fünf booster drückt mir die daumen dass ich eine red ziehe wieder wäre echt der hammer so haben wir hier auch wieder vier verschiedene ich glaube nicht aber noch eins zwei drei doch alle vier wieder richtig cool ach klebt das ist echt ach panini also wenn man die limis nicht bräuchte ich glaube da wird sich keiner hier die multipix kaufen ich sehe schon hier in deutschen wir haben mir leeroys sahne die logi immer sagt leeroys sahne so als nächstes haben wir hier wartet mal so klebt richtig auf den tisch naja da kannst du wenigstens nicht weg so einmal drehen hier haben wir fans favorite christian sapunaru und schon wieder verdreht ok weiter geht es mit kadara beck dann haben wir hier trippi hier haben wir christi um titi und das war schon warum klebt das hier jetzt so meine güte nächster booster bis jetzt noch kein aber ja man kann nicht immer glück haben aber wir haben ja noch ein paar booster also drei hier noch vor uns dreht gleich mal so hier haben wir Sergio Busquets dann haben wir hier Stefan Johansen als fans favorite hier haben wir Van Dijk dann haben wir hier Aiden Hazard dann haben wir dann haben wir Joshua King der King dann haben wir dann Andrea Belotti noch drei booster noch drei booster noch drei booster so mal schauen ich will euch ja nicht spoilern ich will euch ja nicht spoilern so hier haben wir Callum Maccregor dann haben wir hier als Rising Star dann haben wir hier Ethan Ampadu dann haben wir hier Juhar Pirinen wir haben hier Öt Jakub dann haben wir hier Marie und hier haben wir Peacock Pharrell und die letzten zwei ja bis zu EM dauert es ja noch ein bisschen ist ja noch über ein Jahr aber so hier haben wir dann Berylczynski dann haben wir hier Fans favorite Chris oder Chris Gunter mit Gantar hier Priel Embolo Priel hast du viel Spiel mit Priel Ne Quatsch Priel Embolo hier haben wir Rui Patrizio hier haben wir dann Jurei Kuka und hier haben wir dann Michael Lustig und der letzte Booster vielleicht haben wir jetzt noch eine Redman hmmm mal schauen aber aber ich glaube so viel Glück habe ich jetzt auch nicht oder 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 nö kein Glück ok macht aber nichts macht nichts so hier haben wir Busquets dann haben wir hier dann haben wir hier Theodor Gebre Selassie als Fans favorite oh Kimmich mein Lieblingsspieler richtig nice den lege ich mal raus hier so extra oder Kimmich Jeff Hendrick dann haben wir hier Will Naldum und Joku Slough ja das war es mit dem Multi Pack ja hier muss man halt ja schauen dass man das irgendwie abbekommt also das werde ich schon irgendwie hinkriegen so Fans favorite 1 2 3 und 4 4 fans äh alles klar äh 4 fans favorite und 1 Rising Star also gute Ausbeute so hier Kimmich Zack und ja den lege ich jetzt hier nicht auf die Karte höchstens so rum äh ja dann würde ich mal sagen bis zum nächsten Video falls euch dieses Video gefallen hat gebt natürlich Däumchen nach oben Däumchen werden Träumchen und ja falls du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist und dir mein Kanal gefällt würde ich mich sehr über ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal Ciao bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal